Wie siehst du lustig aus, mein Knödi? Hast du gebadet? Ja? Am frühen Morgen gleich schon gebadet? Ja, super, super cool. Mir rutscht dann gleich eine Möhre ins Gesicht. Ey, was ist denn da? Rutsche Möhre. Was wird das? Was wird das, du Möhrending? Brububu, hier. Willst du auch noch was dazu sagen, Pixi? Sag mal, eine Schulter wäre noch frei, ne? Ne, auch jetzt sind ja zwei Schultern frei. Wer soll noch kommen? Soll noch jemand kommen? Muss nicht, ne? Du, süßer Badefloh, hast du eine schicke Brülle. Oh, Möhrchen, nicht meine Brille picken. Bitte, danke. Nein, nein, nicht die Brille picken. Eigentlich gar nicht mich picken. Ich bin kein Korn. Nein, nein. Du, 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 du. Hier muss ich dann deinen Bauchig killen. Da muss ich deinen Bauchig killen, ja. Ach nee, dann gehst du weg. Rübenratz, Bauchig killer, Bauchig killer, Bauchig killer. Wiedersehen. Wollte sie dich hier runter schubseln? Nee, wollte sie eigentlich gar nicht, ne? Wollte nur meinem Killerfinger ausweichen. Ja. Okay, putz dich mal schön weiter. Vielen Dank.